Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Skorpion, es könnte sein, dass du weniger Lust auf soziale Kontakte hast, auch wenn deine Freunde gerne Zeit mit dir verbringen möchten. Deine Geduld könnte schwinden und Vorfälle, die dich normalerweise nicht stören, könnten dich verärgern. Das macht diesen Tag zu einer Herausforderung für Gruppenaktivitäten oder Partys. Konzentriere dich stattdessen lieber auf dich selbst und dein Wohlbefinden. Wenn du ein gutes Training absolvierst und dich anschließend ausruhst, wirst du dich wahrscheinlich viel besser fühlen. In einer Welt voller politischem Lärm und Ablenkungen dürfen wir nicht vergessen, wie wichtig es ist, unser tägliches Wohlbefinden aufrecht zu erhalten, um gesund zu bleiben und das Beste aus den Privilegien der modernen Gesellschaft zu machen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um eine Bestandsaufnahme zu machen, was du hast und wie du es optimal nutzen kannst. Nimm zum Beispiel deinen Körper. Kann er all die Aktivitäten, von denen du träumst, auch wirklich ausüben? Arbeite daran, ihn zu verbessern, aber tue es behutsam und mit Sorgfalt. Die positive Energie von gestern begünstigt dich weiterhin und der heutige Tag bringt noch mehr positive Einflüsse. Gelegenheiten gibt es im Überfluss, also ergreife sie ohne zu zögern. Dies ist nicht der Moment, um in einer unglücklichen Position festzustecken. Es ist an der Zeit, die Karriereleiter zu erklimmen und bessere Aussichten anzustreben. Egal was passiert, zu Hause bleiben und nichts tun ist keine Option, vor allem nicht bei der vorherrschenden planetarischen Energie. Zieh dein Bestes an und geh raus. Wenn du ausgehst, wirst du jede Menge Spaß haben, auch wenn du dich jetzt einschränken musst. Du wirst anregende Gespräche mit anderen führen, die deine Leidenschaft für die Erforschung der Geheimnisse und Mysterien des Universums teilen. Die faszinierende Ausrichtung der Sterne offenbart die Hinweise auf ein unvergessliches Ereignis am Horizont, das einen unauslöschlichen Eindruck auf deinem Lebensweg hinterlassen wird. Wenn die Sternbilder vor Vorfreude schimmern, erfüllt ein Gefühl der Verwunderung und Aufregung den Nachthimmel. Lass dich auf die Geheimnisse ein, die vor dir liegen, denn das Universum hat sich verschworen, um dir Erlebnisse zu bescheren, die für immer in deinem Herzen und deiner Erinnerung bleiben werden. Bereite dich darauf vor, von zufälligen Begegnungen, unvorhergesehenen Gelegenheiten und Wendepunkten, die dein Schicksal prägen werden, in Staunen versetzt zu werden. Auch wenn der Mond im Krebs ein Gefühl der Beklemmung hervorrufen kann, weil sich die Aufgabenliste immer weiter aufbläht, solltest du dich nicht überfordern lassen. Konzentriere dich stattdessen auf die Erledigung einiger Aufgaben, damit die Liste überschaubarer wird. Gönne dir am Abend ein heilsames Bad, um angesammelte Spannungen abzubauen und dich wieder zu beruhigen. Abschließend, Skorpion, solltest du deinem Bedürfnis nach Einsamkeit nachkommen und dich ausruhen, um Spannungen abzubauen. Denke über deine täglichen Wellnessroutinen nach und finde Wege, dein körperliches Wohlbefinden zu optimieren. Ergreife die Chancen, die sich dir bieten, und sei bereit, dich weiterzuentwickeln. Genieße die Gesellschaft von Gleichgesinnten, die deine Leidenschaft für Entdeckungen und Lernen teilen. Sei offen für die Geheimnisse, die vor dir liegen, und lass dich von den Ereignissen, die deine Reise prägen werden, überraschen. Kümmere dich inmitten der täglichen Aufgaben um dich selbst und gönne dir Rituale der Selbstfürsorge, um ein Gefühl der Ausgeglichenheit und Harmonie zu erhalten. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Denke daran, dass deine Stimme so einzigartig ist wie die Sterne am Himmel, und gemeinsam können wir eine himmlische Symphonie der Erleuchtung, Ermächtigung und Inspiration erschaffen. Lass dich auf die Magie ein, teile deine Gedanken und lass das Universum deine himmlische Melodie hören. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Der Ritter der Kelche steht für Romantik, Kreativität und emotionales Streben. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute in einem Zustand der emotionalen Erkundung und romantischen Inspiration befinden könntest. Sie steht für eine Zeit, in der du den Wünschen deines Herzens folgst, dich deinen Leidenschaften hingibst und deine Gefühle frei zum Ausdruck bringst. Der Ritter der Kelche ermutigt dich, dich auf die Energie der Liebe und der Kreativität einzulassen. Er erinnert dich daran, deinem Herzen zu folgen und dem nachzugehen, was dir Freude bereitet. Diese Karte lädt dich dazu ein, offen für neue Erfahrungen zu sein und deine Gefühle authentisch auszudrücken. Neben dem Ritter der Kelche haben wir die Seite der Stäbe. Diese Karte steht für Enthusiasmus, Neugierde und den Funken des Neubeginns. Sie steht für eine Zeit des kreativen Potenzials, inspirierender Ideen und des Eifers, neue Unternehmungen zu starten. Die Seite der Stäbe lädt dich ein, deine Neugierde zu nutzen und dich auf ein Abenteuer einzulassen. Sie erinnert dich daran, offen für neue Möglichkeiten zu sein und deine Leidenschaften mit Begeisterung zu erkunden. Diese Karte steht für eine Zeit der kreativen Erkundung und für die Geburt spannender Projekte. Der Ritter der Kelche und die Seite der Stäbe bilden zusammen eine dynamische Kombination für diesen Tag. Der Ritter der Kelche betont das emotionale Streben und den kreativen Ausdruck, während die Seite der Stäbe den Enthusiasmus und den Funken des Neubeginns hervorhebt. Mach dir heute die Energie des Ritters der Kelche zu eigen, indem du den Wünschen deines Herzens folgst und deine Gefühle frei zum Ausdruck bringst. Lass dich von romantischen Inspirationen und kreativen Unternehmungen inspirieren, die dir Freude bereiten. Sei offen für emotionale Verbindungen und lass dein Herz dein Handeln leiten. Gleichzeitig verkörpere die Energie der Seite der Stäbe, indem du deine Neugierde auslebst und dich auf neue Möglichkeiten einlässt. Pflege deinen Sinn für Abenteuer und erkunde deine Leidenschaften mit Begeisterung. Nimm den Funken des Neubeginns an und lass deine kreative Energie fließen. Diese Deutung steht für einen Tag des emotionalen Strebens, der kreativen Erkundung und des Neuanfangs. Lass dich von der Energie des Ritters der Kelche inspirieren, indem du deinen Herzenswünschen folgst und deine Gefühle authentisch ausdrückst. Nutze die transformativen Qualitäten der Seite der Stäbe, wenn du deine Neugierde auslebst und neue Möglichkeiten ergreifst. Denke daran, offen für neue Erfahrungen zu sein und deine kreative Energie fließen zu lassen. Folge deinen Leidenschaften mit Enthusiasmus und lass dein Herz dein Handeln leiten. Wenn du die Qualitäten des Ritters der Kelche und der Seite der Stäbe kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl romantischer Inspiration, kreativer Erkundung und dem Potenzial für aufregende Neuanfänge durchlaufen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.